Wie läuft mein erstes Mehrfamilienhaus sieben Jahre später? Ich kann es eigentlich kaum fassen, dass es schon sieben Jahre her ist. Ich habe hier in meiner Excel nur das Kaufjahr getrackt. Also 2017 wurde das Objekt gekauft in Heilbronn. Das ist ein Mehrfamilienhaus, unser erstes Mehrfamilienhaus-Investment, auf das ich jetzt in dem Video genau eingehen werde, was die Zahlen angeht. Kaufpreis, Rendite, Entwicklung über die Zeit, wie war es denn am Anfang, wie ist es jetzt? Und wo soll da die Reise hingehen? Ich haue jetzt einfach mal die Fakten raus. Was ist dafür notwendig? Was kann man damit verdienen auch? Also wie ist der finanzielle Return? Hier ist jetzt meine Immobilienübersicht. Ich habe jetzt mal die ganzen anderen Sachen rausgelöscht und nur auf dieses Haus isoliert. Weil es geht ja um ein isoliert betrachtetes Investment. Mehrfamilienhaus, Heilbronn, Kaufjahr 2017. Also 2017 ist echt schon eine Weile her. Ja, damals war auch schon alles immer zu teuer. Also seit ich das erste Objekt gekauft habe, höre ich immer, oh, die Immobilien sind zu teuer. Jetzt 2021, 2022 waren sie wahrscheinlich echt mal zu teuer, weil das war der erste Preisrückgang. Aber jetzt haben wir schon teilweise wieder eine Botenbildung im Jahr 2024. Und es ist einfach immer zu teuer. Also jeder Verkäufer will immer das Maximale rausholen zur aktuellen Marktsituation. Außer in dem Fall, da konnte ich einen netten Preisabschlag verhandeln, aber gleich mehr dazu. Bei Mehrfamilienhäusern habe ich immer einen Schlüssel noch eingebaut. Also hier in der Liste sind alle Einzelwohnungen normalerweise drin und auch häuserweise, aber wohnungsweise aufgeschlüsselt, weil ich wissen will, innerhalb eines Hauses, welche Wohnung läuft nicht gut genug, welche Wohnung läuft gut und so weiter, dass ich weiß, wo kann ich die Potenziale schöpfen. Also Stadtteilbronn, Schlüssel, das heißt, die Wohnung hat 0,3125 Anteil am Haus, die hat 0,3437 Anteil am Haus, weil die sind ein bisschen größer. Hier siehst du 55, 55 und 150 Quadratmeter, was in Summe einer Wohnfläche entspricht von 160 Quadratmeter und einen Kaufpreis von 310.000 Euro. Mittlerweile sollte man vielleicht sogar teilweise mit guten Deals wieder solche Preise hinbekommen. Der Deal war mit Makler, Kaufnebenkosten und Möbliert, das heißt, wir haben noch Möbel eingebaut in jede der Wohnungen, haben dementsprechend Kaufkosten gehabt, insgesamt von 358.000 Euro, 317. Die Wohnungen jeweils sind ein bisschen aufgeschlüsselt hier, wie viel die Wohnungen einzeln kosten würden, wenn man die einzeln gekauft hätte. Renoviert haben wir gar nichts, außer irgendwie 100 Euro. Es kam ab und zu mal noch eine Kleinigkeit an Renovierung jetzt dazu in den Jahren. Die habe ich hier aber noch nicht getrackt, die haben wir einfach gemacht. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die sind, aber spielt auch nicht eine große Rolle, weil es wurde nicht saniert, sondern nur renoviert, ein bisschen Kleinigkeiten. Der Kaufpreis pro Quadratmeter waren knapp unter 2.000 Euro ohne Nebenkosten, mit Nebenkosten, also ohne Makler und Möbel. Sind wir ein bisschen über 2.000, wenn wir die anderen noch dazu nehmen, sind wir noch mal deutlich drüber. Darlehen, finanziert wurde 381.000, also lustige Story auch hier. Also du siehst, die gesamten Kosten, wie viel wir hatten, waren 358.000 Euro im Einstand mit den ganzen Möbeln und Renovierungen. Das war nicht viel renoviert, aber theoretisch hätten wir noch mal für 23.000 renovieren können und es wäre trotzdem noch komplett aus Fremdkapital gewesen. Die Bank hat hier sogar ein bisschen mehr finanziert und durch einen lustigen Zufall ist das tatsächlich passiert. An diesen Deal kann ich mich ganz genau erinnern, weil wir hatten 360.000 Euro Kaufpreis vereinbart mit dem Verkäufer und ich habe den angerufen, einen Tag vom Notartermin, die Finanzierung, alles stand schon, deswegen steht auch hier da den 381.000 Euro. Ich habe den angerufen und habe gesagt, Kollege, Sie wissen, wir sind junge Unternehmer, ambitioniert und aufstrebend, können Sie unserem Preis entgegenkommen. Und dann hat er gesagt, Herr Fröhlich, machen wir 310. Boom, Finanzierung war schon unterschrieben, alles, die Bank hat gesagt, passt trotzdem, Beleihungswert und so weiter, alles safe, können wir 310 zahlen am Kaufpreis und haben die Finanzierung dementsprechend gelassen. Ein bisschen Liquidität eingespült, war natürlich nett bei jedem Deal, so manchmal musste man auch Eigenkapital bringen, hier wurde quasi schon mit dem Ankauf Eigenkapital generiert. Wir haben 15 Jahre Darlehen, Festschreibung, das heißt, wir sind relativ safe, was die Zinsen angeht und aktuell ist noch 323.000 Euro offen. Ich glaube, es wurde mal ein bisschen nur sondergetilgt zwischendurch, aber für die Eigenkapitaleinsätze, hier ist immer, wie viel Eigenkapital ich eingebracht habe, ein Euro habe ich hier hingeschrieben, weil wenn man null reinschreibt, kann man nicht rechnen. Bezüglich der Eigenkapitalrendite, das ist halt ein extrem krasser Hebel. Die Finanzierung kostet auch nicht so viel Geld, also im Verhältnis zur Miete, wie man hier sehen kann, aktuell haben wir eine Miete in Summe von 2.940 Euro warm. Das ist, oder das sagen wir mal lauwarm, weil Gas und Elektro hat der Mieter selber angemeldet und das ist irgendwie so ein Monteursvermieter aktuell drin, der das Haus weiter nochmal vermietet und nochmal irgendwie eine Marge sich rauszieht. Ich weiß nicht genau, was da für Leute drin sind, aber zu Beginn, als wir es gekauft haben, waren zwei von drei Wohnungen vermietet, eine davon schlecht, die haben wir mit der Zeit entwickelt, irgendwann ist mal auch der letzte Mieter ausgezogen, dann haben wir die möbliert an Expats vermietet für 1.200 warm. Das waren schon geile Cashflow-Objekte mit einer Garage auch dabei, eine Garage und ein Stellplatz. Und der erste Mieter, das war von einem großen Unternehmen bei uns aus der Region, der hat tatsächlich mit seinem Auto, wurde befördert, nicht mehr in der Garage parken können, das stand dann einen halben Meter raus, weil die Garage zu kurz war, aber ja, haben wir dann alles auch irgendwie hingetribbelt. Und jetzt ist die Miete ein bisschen niedriger, dafür aber ist das Gas selber angemeldet beim aktuellen Mieter, der hat es jetzt selbst angemeldet und hat das ganze Haus angemietet. Das heißt, wir haben überschaubaren Aufwand mit dem Ganzen, Instandhaltung machen die auch selber, die Möbel stehen noch drin, wenn sie nicht irgendwie schon weg sind, aber wir haben mit Möbel vermietet, die haben ein bisschen umgestellt, haben auch irgendwie ein Hochbett mal reingemacht oder so, weil ich glaube, es geht eher in die Monteursrichtung, was da jetzt abläuft in dem Haus. Miete pro Quadratmeter, schon stabil auf jeden Fall, Nebenkosten nicht umlegbar, wie hoch die wirklich sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe jetzt mal 100 Euro Blocker reingeballert, damit fahre ich relativ safe. Die Einnahmen von 980 Euro im Monat und bei Kosten von etwa 240 Euro im Monat pro Wohnung hat man vor Steuer einen nicht so schlechten Return, würde ich jetzt mal sagen. Abschreibung nicht berücksichtigt, aber der Return mit Tilgung und so weiter, also davon ist nicht alles frei verfügbar, weil teilweise wird ja getilgt. Tilgung ist ja linke Tasche, rechte Tasche, auch Vermögensaufbau, aber nicht frei verfügbar, damit kann ich mir kein iPhone kaufen, aber später vielleicht irgendwie mal was Größeres als ein iPhone, weil ja, linke Tasche, rechte Tasche, frei verfügbarer Cashflow ist auch nicht schlecht, 1.500 Euro mit einem Objekt, sehr stabil, würde ich mal sagen. Was bedeutet das jetzt eigentlich für den Deal? War das jetzt ein guter, war das ein schlechter Deal? Ja, also ich würde sagen, das war ein sehr, sehr guter Deal, das war eine absolute Gelddruckmaschine von Anfang an. Wir haben EK bekommen beim Kauf durch die Überfinanzierung, wir haben nie groß Geld investieren müssen, haben ab und zu mal Kleinigkeiten gemacht, haben jetzt eine tolle Mieterstruktur, wo sich selber alles wieder renewt und die sich um alles kümmern, also man hat keine Sorge, dass mit dem Haus irgendwie mal was ist. Die tauschen auch mal ein Fenster aus, wenn es sein muss, also die sind auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen, da bin ich sehr dankbar drum und gebe lieber ein bisschen günstiger das Haus ab, anstatt dass ich jetzt den letzten Strohhalm ausquetsche und irgendwie die Monteursvermietung selber mache oder die Handwerkervermietung, dann könnte man sicherlich noch mehr Cashflow rausholen, kauft sich aber auch Arbeit ein, also ich rechne immer in Zeitleistung, wie viel Zeit muss ich ausgeben für gewisse Eurobetrag und wenn ich doppelt so viel oder doppelt so viel Umsatz machen kann und zehnmal so viel Zeit investiere, dann lohnt es sich in meinen Augen nicht. Das ist nicht unternehmerisch gedacht, weil man Time vs. Money ist kein unternehmerisches Denken, dementsprechend finde ich den Deal sehr, sehr geil. Ich habe jetzt hier noch ein paar weitere Fakten, die gehen wir jetzt kurz durch in Bezug auf Rendite, Bruttorendite, Nettorendite und Eigenkapitalrendite, die ja faktisch am Anfang unendlich ist, weil wir haben ja nichts einsetzen müssen und direkt Cashflow gehabt. Solche Deals gibt es jetzt immer mal wieder. Gehen wir in einem separaten Video auch mal bald dazu ein, wie mache ich in der angehitzten Marktsituation jetzt geile Deals. Aber jetzt zurück zu dem Mehrfamilienhaus. Also hier ist die Bruttorendite 11% etwa gewesen am Anfang, also Kaufpreis ohne Nebenkosten im Verhältnis zu der Mieteinnahmen und die Netto-Eigenkapitalrendite aktuell, ja. Am Anfang war die ja unendlich, die Eigenkapitalrendite. Du musst dir vorstellen, ich kaufe ein Haus, gebe nicht mein Geld dahin und kriege Geld raus. Wenn man die Rendite berechnet, ist die dann faktisch unendlich. Aber umso mehr Geld in das System reingetilgt wurde, also du musst dir vorstellen, ich habe ein Haus, ich tilge Geld da rein, dann habe ich ja Eigenkapital in dem System drin, weil der Restdarlehen, der Kredit, wird weniger. Dadurch, dass mein eigenes Geld da drin steckt. Es war am Anfang zwar nicht meins, aber wurde meins durch die Mieteinnahmen. Und jetzt steckt mein Geld da drin und jetzt kann ich eine Eigenkapitalrendite rechnen. Und zwar, wie rechne ich die? Wie viel Geld habe ich rein im Verhältnis zum Return? Die ist jetzt hier, ja, etwa 44% bei den großen Wohnungen, bei der kleinen 49%. Das heißt, wir haben eine Eigenkapitalrendite von knapp 50%. Das ist extrem gut, aber die fällt immer ab. Umso mehr Geld man rein investiert ins System, desto mehr Eigenkapital ist drin. Bei gleichbleibender Miete, also gleiche Einnahmen, mehr Eigenkapital drin, sinkt die Rendite. Deswegen wird auch irgendwann die Aktie oder ein ETF eine Immobilie outperformen. Nicht jeder Deal ist so geil wie der. Es gibt richtig gute, es gibt gute und es gibt schlechte Deals. Gute Deals sollte man mitnehmen, sehr gute auf jeden Fall. Und umso mehr man kauft, desto öfter kommt man an solche geilen Dinge ran. Hier ist nochmal die Übersicht, wenn es sich interessiert, wie viel Cashflow man hat im Jahr. Also hier ist der Cashflow, 18.000 Euro im Jahr. Hier ist der Ertrag vor Steuer, weil auch Tilgung ist ja linke Tasche, rechte Tasche, ist auch noch mit dabei am Vermögenszuwachs, weil Immobilieneigentümer werden durch den Vermögenszuwachs überwiegend reich und nicht durch den Cashflow, Vermögenszuwachs entsteht durch Wertänderungsrendite. Das heißt, meine Immobilie wird mehr wert oder mein Kredit wird weniger und das Asset bleibt gleich wert. Und alles zusammen, Miete, Wertänderungsrendite und niedrigerer Restkredit ergeben eben diesen Vermögensaufbau eines Immobilieninvestors, der nicht mit einem Klick seine Aktie verkaufen kann, sondern da ist ein bisschen mehr Hustle mit dabei. Und da denkt man halt öfter drüber nach und verzichtet dann auch mal auf den einen oder anderen Verkauf im Vergleich zu einem Aktienportfolio, wenn das mal 10% im Plus ist über Nacht, zack, weg. Und dann in zwei Jahren wäre es vielleicht 30% im Plus, aber dann ist man halt raus. Das ist so Pi mal Daumen. Die Erklärung, warum Immobilieninvestoren wohlhabender sind, als Aktieninvestoren in der Regel nicht, weil die Rendite besser ist, sondern einfach, weil die Hürde des Ausstiegs größer ist. Jetzt gehen wir mal auf den Wert des Objekts ein. Also wie viel ist denn das Ding jetzt eigentlich wert? Wenn ich nochmal zurückspringe, wir haben hier bezahlt gehabt, pro Quadratmeter um die 2.000 Euro, Pi mal Daumen, da kann man leichter rechnen. Wenn ich bei Home Day reinschaue im Atlas, im Preisatlas, Home Day Preisatlas, bin ich bei der Adresse bei 3.500 Euro den Meter, was im Gesamtpreis von 560.000 Euro entspricht. Wenn ich die Rendite, was üblich ist, nehme als Rückwärtsrechnung, also Netto-Kaltmiete im Jahr, rückwärts gerechnet auf den Kaufpreis über die Rendite, das heißt Jahresmiete durch 5%, komme ich auf einen Verkaufspreis sogar von 700.000 Euro. Ob das jetzt aktuell einer bezahlen würde oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber wären 4.300 den Meter, also mehr als doppelt so viel wie der ursprüngliche Kaufpreis. Schnellverkauf ist immer der Worst Case. Man sieht es gerade, manche Investoren kommen unter Druck und müssen schnell verkaufen. Geht man nie von aus natürlich, sonst hätte man nicht angefangen, aber trotzdem muss man das Worst Case Szenario im Blick haben. Da wäre ich dann bei 2.700 auf den Meter, Pi mal Daumen, wenn ich es schnell rausballern müsste. Und das wäre dann 430k an Umsatz, was auch ein ordentlicher Gewinn mit sich bringt. Also das Ding ist auf jeden Fall ein Selbstläufer, würde ich auf jeden Fall wieder kaufen und finde den Kauf sehr, 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 sehr gut und sehr gut getimt auch damals, wo auch schon die Leute gesagt haben, oh, das ist aber teuer, ich habe ein bisschen zu viel bezahlt. Rückblickend hätte man noch mehr kaufen sollen. Was bleibt unterm Strich hängen? Das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, wenn ich jetzt verkaufen würde, müsste ich um die 30.000 Euro Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, Pi mal Daumen, könnte man vielleicht weg verhandeln wegen dem Zinsniveau. Der Barwert, was bleibt hängen, wenn ich die Vorfälligkeitsentschädigung nicht weg verhandeln kann. Also Barwert ist, wie viel Geld kommt aufs Konto. Restkredit versus Verkaufspreis ohne Berücksichtigung von Steuern und Abschreibungen wären es 79k. Wenn ich die Vorfälligkeitsentschädigung weg verhandeln, wären es nur 109k. Und Gewinn ohne Berücksichtigung der Miete über die Zeit wären 43k. Und warum ist der Gewinn weniger als der Barwert? Und zwar, weil beim Gewinn ist Kaufpreis, also Kaufkosten, alle Kosten versus Verkaufspreis. Beim Barwert ist Restkredit, wie viel muss ich an die Bank zurückgeben, versus Verkaufspreis. Und dadurch, dass ich schon getilgt habe, bleibt da natürlich mehr hängen. Wenn man das jetzt verkauft zum Notverkauf, wäre im Schnitt 1,4 Jahre, würde man sich nach vorne hebeln. Das heißt, wenn ich jetzt verkaufe, Gewinn ohne Miete, wären 1,4 Jahre Mieten im Average im Voraus. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Mitte des Jahres 2024 haben, ballert es mich im Gewinn auf Ende 2025 vor. Wenn ich hier jetzt in der Kalkulation mal annehme, ich schaffe es wirklich, die 4.300 Euro zu realisieren, dann schiebt es mich fast 10 Jahre vor. Das heißt, ja, der Gewinn ohne Berücksichtigung der Miete wären 300.000 Euro etwa. Und bis ich diese 300.000 Euro, wo man jetzt sofort auscashen könnte, ja, als Gewinn in Form von Mieteinnahmen hätte, müsste ich im Schnitt, wenn ich jetzt mal hier den Mittelwert ziehe, 9,5 Jahre warten. Das heißt, durch den Verkauf mit dem hohen Preis hebele ich mich nur durch dieses isoliert betrachtete Investment 9,5 Jahre vor. Wenn ich jetzt 10 Jahre warten würde, hätte ich wieder mehr verdient. Hätte aber natürlich auch das Risiko, neue Investitionen tätigen zu müssen. Und das heißt, wenn ich jetzt die Immobilie verkaufe, jetzt sofort, hätte ich mich vorgehebelt auf plus 9,5 Jahre. Wenn ich die weiterhalte als 9,5 Jahre, wäre ich wieder im Plus, was die langfristige Mietrendite angeht, die Returns der Mieteinnahmen. Aber natürlich muss man auch berücksichtigen, wenn man das so lang hält, muss man wieder Geld investieren, Renovierung, Instandhaltung, geht irgendwas kaputt. Und man hat natürlich auch Stress, vielleicht geht der Mieter irgendwann raus, ich muss mich um neue Mieter kümmern und so weiter. Das sind so Themen, die man auch berücksichtigen muss. Das heißt, wenn ich mir ein Offset holen kann von 9,5 Jahren, würde ich auf jeden Fall verkaufen. In dem Fall warte ich aber noch ein bisschen ab, weil nach 10 Jahren kann man ja steuerfrei verkaufen. Noch 3 Jahre, dann sind die rum. Würde sagen, guter Deal. Das war auf jeden Fall nicht mein erstes Immobilieninvestment. Ich glaube, das war der dritte oder vierte Deal in Summe. Dementsprechend ein bisschen Erfahrung war schon vorhanden gewesen. Sag mir mal Bescheid, hast du schon Mehrfamilienhäuser gekauft? Wenn ja, waren die besser oder schlechter als meins? Und vor allem, hat dir mein Rechenbeispiel weitergeholfen? Du siehst, lange Atem wehrt sich. Es lohnt sich, lang dran zu bleiben und an dem Investment festzuhalten. Wenn euch das gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, lasst mich das gerne wissen. Dann gehen wir auf weitere Beispielinvestments ein.